So, ihr kleinen Rübchen, ihr kleinen großen Rübchen. Gina kommt noch mal schnell ein bisschen drüber putzen und dann machen wir mal bei Haxi die Tür auf. Und dann schauen wir mal. Ja, es ist nicht die schlechteste Idee, da rein zu rennen, aber genau da will ich gleich Putzi machen. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Gut, Kapu, nettes Lächeln aufsetzen, bitte danke, ja, geht gleich los. So, Haxi, mein Schatz. Wupsdiwups. Hallo, mein Mäuschen da hinten so. Wenn du möchtest, kannst du jetzt aussteigen und im Taubizimmer mit rumwurschteln. Ich dreh dich gleich mal noch ein Glitzelbisschen, dann hast du es vielleicht leichter. Komm, Haxi, trau dich. Sehr schön, mein Schatz. Herzlich willkommen im Taubizimmer. So, gucken wir wer da kommt. Haxi kann was, was du nicht kannst, ja, wenn du stänkerst. Komm, Haxi, trau dich. APP Pflarez Pfl �all Pfl Da macht der echt Schränkerei. Prima Haxi. Da macht der Schränkerei. Ich mag sie. Nun kriegt euch mal vielleicht beide erstmal wieder ein bisschen ein. Ein bisschen runterfahren. Würde ich gut finden.